Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 21. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1086. Und heute haben wir die folgenden Themen. Ted Lasso, dann kommt Starlink, Ikea Sjörmerk, Overcast, Oppo Watch und Oppo Watch. Ein bisschen viel Oppo Watch heute. Aber mal schauen. Wir starten gleich mit Ted Lasso. Und die haben ja im Vorlauf an die Emmy-Verlosung, gefühlt ist irgendwie jede Woche Emmy-Verlosung, zumindest die News kommen immer wieder durch, zumindest haben sie einen Rekord aufgestellt. Das hat noch nie ein Freshman, also eine Serie, die neu mit der ersten Staffel quasi ins Rennen geht, vor dem Event auf 20 Novignationen geschafft. Bekommen haben sie einige und vor allem die wichtigsten Best-of-Comedy-Serie, bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie und so weiter und so fort. Wer sich dafür interessiert, unbedingt nachlesen. Auf daily.geektalk.ch und oder im Podcast reues Vertrauens findet ihr den Link dazu. Und was ich euch noch mehr empfehlen kann, ist die Serie anzuschauen. Ich liebe sie. Ich finde sie witzig. Ich finde sie genial. Und leider ist die zweite Staffel jetzt auch schon durch. Ich bin traurig. Ich will mehr. Liebes Apple, liefert schnell. Auch schnell liefern will Elon Musk die Starlink-Geschichte, das sind die kleinen Satelliten, die rund um unsere Welt herumkurven und uns Internet bringen, sofern wir dann ein Empfangsgerät haben, so eine Parabolantenne und ein bisschen Hardware im Haus, kann man bis zu zwischen 50 und 150 Megabit Download erreichen. Und das bei einer Latenz von 20 bis 40 Millisekunden. Also sehr angenehm, vor allem für Orte, wo das Netz nicht ganz so gut ist. Preislich kommt einiges auf euch zu, aber ich denke, das wird mit der Breite dann auch deutlich angenehmer. Interessant ist aber jetzt die Neuigkeit. Elon Musk hat via Twitter mal wieder mal ein bisschen gefeuert. Und zwar meinte er, dass noch in diesem Oktober das Starlink-Projekt die Beta verlassen wird. Er hat nicht gesagt, ob für alle Regionen und so weiter und so fort. Aber das klingt, wie gesagt, spannend, denn in der Beta kann es noch zu Unterbrüchen kommen, nachher nicht mehr. Dann wird es wirklich spannend, das Ganze. Ikea hat wieder mal ein neues Produkt vorgestellt. Aktuell noch nicht in der Schweiz gelistet, aber das ist etwas, was ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich habe euch auf dem YouTube-Channel und im Blog schon die Möglichkeiten vorgestellt, wo man in den Tisch ein Loch bohren kann und dann so ein drahtloses Ladegerät verbauen kann. Nicht ein jeder will und oder kann sowas. Also das Bohren durch den Tisch etc. Und hierfür hat Ikea auch eine Lösung bereit. Solange der Tisch eine Holzplatte nicht dicker ist, also zwischen 8 mm und 22 mm Dicke hat, kann man jetzt unten an den Tisch etwas dran kleben, was ein Ladedings ist, KI, QI, Ladepack, ein bisschen grösser als ein Pack in diesem Fall, ist ein längliches Teil. Und dann könnt ihr ganz einfach darüber euer Smartphone laden, was oben drauf liegt. Das finde ich cool. Sowas muss ich haben. Ich bin schon mal gespannt, wenn es in der Schweiz starten wird. Wahrscheinlich im Oktober. Vielleicht noch nächstens. In Deutschland ist es aktuell für 30 Euro gelistet. Das wird heissen, bei uns in der Schweiz wahrscheinlich dann irgendwas um die 40. Dann gibt es Neuigkeiten im podcatcher.ch-Blog zu einem Podcatcher, nämlich Overcast. Die haben jetzt endlich auch Widgets. Übrigens, wer wissen will, welche andere Podcatcher auch Widgets haben, auch dazu werde ich euch einen Link in die Shownotes packen. Da könnt ihr nachschauen, welche Podcatcher, wie gesagt, unter iOS eben sogenannte Widgets anbieten. Die zweite Neuigkeit, nicht nur Widgets sind dazugekommen, sondern auch CarPlay. Die Möglichkeit, das im Auto zu nutzen, mit dem grösseren Display und dem einfachen Drücken. Weiter geht es mit OPPO Watch und zwar gleich zweimal. Erst gerade vor kurzem ging es noch darum, dass die OPPO Watch 2, welche vorerst nur für China im Verkauf ist, auch in einer zusätzlichen Version erscheinen wird, in so einer genannten ECG oder auf Deutsch EKG-Variante. Und das ist jetzt passiert. Per Ende letzter Woche kam das zweite Modell dann auch auf den Markt. Somit hat man in der neuen Uhr auch ein EKG. Da kann man sich entscheiden, mit oder ohne EKG. Und auch schon länger in den Gerüchten ist die Huawei, fast, nee, es schaut aus wie das Huawei Band, die OPPO Watch Free vorgestellt wird. Oder wurde. Zumindest sind Bilder aufgetaucht. Mittlerweile ist die Free nicht mehr rund, wie ich glaube, es habe ich hier im Blog, im Podcast auch schon mal als Thema gehabt, bin aber nicht ganz sicher. Nee, jetzt schaut sie eben aus wie das OPPO oder Huawei Band, besser gesagt, so eine längliche Smartwatch, um da noch ein bisschen was dazwischen zu haben. Sie haben ja das Huawei, nee, jetzt habe ich schon wieder, das OPPO Band, was ein Fitness-Wearable ist, und dann eben die Watch und das wäre dann das Zwischenprodukt. Also eben wie bei Huawei, die haben sie auch so gemacht und zwar sehr erfolgreich, wie es in letzter Zeit ausschaut. Ja, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Für all diejenigen, die gestern nicht das iPhone geupdatet haben auf iOS 15 und vorher logischerweise ein Backup gemacht haben, für die könnten jetzt der perfekte Zeitraum sein, um das zu tun, denn die Server sind langsam wieder ein bisschen beruhigt und dann geht das ja relativ einfach und schnell. Also, ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.